Servus meine Freunde, ich bin's, euer Ex-Freund. Beim Xbox Showcase gab es nun einen In-Game-Footage und Cinematic-Trailer zu State of Decay 3 und die Meinung dazu von der Community scheint mächtig auseinander zu gehen. Auf der einen Seite sieht man eindeutig die In-Game-Grafik, die verglichen zum zweiten Teil echt gut aussieht, auf der anderen Seite wirkt der Trailer dann doch extrem nichtssagend. Sogar auf der Steam-Seite zu State of Decay 3 erfahren wir mehr über das Spiel als über den Trailer. Aber gehen wir doch mal alles einzeln durch. Man sieht am Anfang relativ eindeutig, dass es eine Mischung aus Gameplay und Cinematic ist. Ebenfalls sieht man in der ersten Szene, nachdem das Logo von Undead Labs zu sehen ist, dass im Hintergrund ein rötlicher Nebel aufsteigt. Ähnlich dem rötlichen Nebel, den wir in State of Decay 2 bei den Seuchenherzen haben. Wir können also davon ausgehen, dass wir im dritten Teil wieder gegen Seuchenherzen oder eine ähnliche Form von diesen kämpfen müssen. Weiter sehen wir ein gut gepanzertes Auto, weswegen wir auch hier sicher sein können, dass es garantiert wieder Fahrzeuge gibt, die man aufwerten kann. Weiter im Trailer sehen wir dann auch schon die ersten Gameplay-Sequenzen, wie beispielsweise den Finisher des am Boden liegenden Zombies, sowie das typische Über-die-Schulter-Zielen, wo die Überlebenden auf die Zombies schießen. So wie die Scharfschützen auf dem Auto, als auch die Frau mit der Pistole schießen, gehe ich davon aus, dass es wieder so eine Art von Aim-Snap geben wird, mit der man automatisch auf den Kopf eines Gegners zielt. Ebenfalls sehen wir einen Kreischer, womit auch geklärt wäre, dass dieser Freak unter Garantie im dritten Teil vorkommen wird. Natürlich, wie es sich gehört, fällt dann auch einer der Überlebenden den Zombies zum Opfer und ein weiterer Überlebender taucht auf. Hierbei finde ich es ganz lustig, dass dieser die Zombies mit dem Fahrzeug überfährt, da bei einem höheren Schwierigkeitsgrad das Fahrzeug mindestens mal anfangen würde, zu rauchen. Selbstverständlich können unsere Überlebenden noch flüchten und sehen etwas bedrückt aus, da sie einen von ihnen verloren haben. Schlussendlich kommen sie an einer Brücke an, die scheinbar von der Blutseuche oder etwas Ähnlichem befallen wurde. Ein Juggernaut, so wie einige Zombies nähern sich ihnen. Schlussendlich sehen wir einen Schrein, der offensichtlich für diejenigen errichtet wurde, die getötet wurden. Hier gibt es übrigens auch einige Easter Eggs. Das Hippospielzeug, das ihr auf dem zweiten Regal von oben in der Mitte sehen könnt, gehört einem getöteten Kind, dessen Mutter euch in einer Mission bittet, ihr das Spielzeug ihres Kindes zu bringen. Auch sieht man auf Höhe des zweiten Regals ganz rechts und ganz links eine Holzfäller-Statue der großen Holzfäller-Statue aus der Karte Providence Ridge, ebenfalls aus State of Decay 2. Auch gibt es im obersten Regal rechts eine Karte von Danford, dem Lifeline-DLC aus State of Decay 1. Leider gibt es kein Release-Datum im Trailer, was mich persönlich dann doch etwas pissig macht. Auf der State of Decay 3-Seite auf Steam erfährt man tatsächlich mehr über das Spiel, als über einen der beiden Trailer, die bisher erschienen sind. In den ersten beiden Absätzen erfahren wir, dass wir wieder eine Gemeinschaft haben werden, die wir wieder aufbauen müssen und dass der permanente Tod wieder ein stetiger Begleiter sein wird. Besonders wichtig ist nun der dritte Absatz. Online können bis zu vier Spieler gemeinsam an einer Gemeinschaft arbeiten, sprich, alle können gemeinsam in einem Spiel gleichberechtigt eine Basis aufbauen. Wisst ihr, was das heißt? Richtig, State of Decay 3 wird kein beschissenes MMO werden. Auch sieht man einen Absatz weiter unten, dass es wieder aggressive NPCs geben wird, sprich, andere Menschen, die uns umbringen würden. Also, wenn wir sie nicht zuerst umbringen. Nun, wie könnten wir das alles nun zusammenfassen? Tatsächlich bin ich vom Trailer tendenziell eher enttäuscht. Ich hätte zumindest mal ein Release-Datum erwartet. Zudem muss man nun sagen, dass es keinerlei Schwur von Zombie-Tieren gibt, wie beispielsweise dem Zombie-Hirsch aus dem Trailer von vor knapp vier Jahren. Ob da überhaupt etwas kommt, ist eine gute Frage. Was die Grafik angeht, muss ich sagen, dass ich es schon echt gut finde. Allerdings wirkt das Ganze eher wie ein fettes Grafik-Update für State of Decay 2. Unterm Strich muss ich leider sagen, dass man über die Beschreibung auf der Steam-Seite gefühlt mehr Informationen erhält, als in einem der beiden Trailer zu State of Decay 3. Ich hoffe echt, dass in naher Zukunft, also in sehr naher Zukunft, noch einige Informationen zu State of Decay 3 kommen, denn so wie es bisher ist, muss ich sagen, dass ich dann doch sehr enttäuscht von Undead Labs und Microsoft bin. Daher möchte ich euch an der Stelle jetzt schon sagen, dass ich zwar weiterhin Videos zu State of Decay bringen werde, allerdings auch andere Spiele auf diesem Kanal spielen und auch entsprechend hochlade. State of Decay, muss ich ganz ehrlich sagen, füllt mich an der Stelle einfach nicht mehr wirklich aus und trotz all der guten Updates muss ich sagen, es ist doch sehr langweilig geworden. Aber was ist eure Meinung dazu? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Ex-Freund.